Kurze Werbung in eigener Sache, ihr habt sie wahrscheinlich schon gesehen, falls es nicht, einfach nochmal reingucken, zu falsch, aber lustig, gestern gab es die Folge mit der fantastischen Anna Bartling, haben die Menschen wahrscheinlich nicht auf dem Schirm, aber war eine geniale Folge wieder. Ist top, müsst ihr sehen, ich war nicht dabei, aber war geil, übrigens, weil die Leute jetzt immer sagen, warum bist du nicht dabei, ich bin auch mal wieder dabei, so ist es nicht, aber im Zuge meiner Burnout-Prävention bin ich bei ein paar Sachen ein bisschen kürzer getreten, aber ich bin auf jeden Fall noch dabei. Das liegt einzig allein daran, dass ich nicht ersticken möchte in Arbeit, das ist der Grund und ich finde geil, wie ihr aber auch alle neun Leute annehmt und wie ihr die, feiert die Folgen. Ja, schreibt trotzdem gerne in die Kommentare, ach Mensch, warum ist denn Till nicht dabei, mir ist mir scheißegal, was ihr schreibt, hauptsache ihr kommentiert, ist immer gut für einen Algorithmus. Schade mit Till, aber auch schön, ich schreibe das ja eigentlich schon rein, ich schreibe genau das, total süß. Schreibt, ja, schreibt doch einfach gerne rein, boah, oh, zum Glück ist Anna Bartling dabei und nicht Till schon wieder. Boah, ja, schade, dass Moritz moderiert, ansonsten top, könnt ihr auch schreiben. Ja, schreibt das da rein, schreibt das da rein. Wann kommt Kai Pflaume endlich? Ja. Boah, ey, Moritz, ohne Scheiß. Ja. Ich fände das so geil, irgendwann mal. Mit Kai Pflaume. Eine Folge nur, weil der ist doch, der hat doch bestimmt Bock auf so einen Scheiß. Aber nur so als einen Gag und dann sind wir beide aber auch mit im Panel und Kai Pflaume ist dabei. Kai Pflaume moderiert. Das fand ich schon sehr witzig. Ja, Kai Pflaume moderiert einfach, falsch, aber lustig. Ja, gut, ich spreche da mal mit Fritz drüber. Phyllis, du, ich und Kai Pflaume moderieren. Kai, wenn du das hörst, bitte melde dich. Wir haben noch ein Draht zu Kai. Ja, und wir nennen die Folge anders. Wir nennen die Folge, wer lacht bei sowas, nennen wir die Folge dann. Ja, natürlich, wer lacht bei sowas, ist das große, der Spin-Off, das können wir mal machen, wer lacht bei sowas. So, guckt euch den Scheiß an, bis dann. It's Fritz Talk ohne Gast mit Moritz Neumeyer und Till Reyners. Ich muss direkt starten mit einer Richtigstellung, Moritz. Das ist direkt Kickstart. Direkt, oder was? Da haben wir so richtig, da war ja richtiger Fuck-up anscheinend. Wenn wir als erstes erstmal sagen, nochmal Leute, Entschuldigung, das mit dem Butter ist natürlich nicht das gleiche wie Margarine. Und natürlich möchte ich auch die Menschen, die mich nochmal entschuldigen, die dich da auf die Fettfinger getreten bin. Ja, Moritz, so ist es eben, so ist es jetzt in unserer Zeit. Früher haben Leute einfach 30 Jahre lang durchgesendet, ohne irgendein Feedback zu bekommen. Weißt du? Das ist wirklich so, da haben die... Ja, stimmt, ehrlich gesagt. Das war ja so. Die haben ja dann ab und zu mal so Menschen so auf der Straße getroffen, die haben dann nett gegrüßt, aber die haben ja überhaupt kein Feedback gegeben, wie sie jetzt was fanden oder so. Das war ja komplett egal alles damals. Das mussten paradiesische Zeiten gewesen sein. Ja, das stimmt. Konnte Bullshit reden ohne Ende. Naja. Ja, ist die bessere Zeit. Ja. Naja, also Thomas Gottschalk hat die bessere Zeit abbekommen. Kann man schon so sagen. Ist einfach so. Naja. Thomas Gottschalk hat aber von allen das Bessere abbekommen. So ist es. Und naja, ich muss sagen, ja gut, wir müssen jetzt hier mit der Zeit arbeiten, wie sie ist, aber ideal ist es nicht. Sag ich euch ganz ehrlich, da bin ich schon... Ich meine, klar, der Job ist ein Privileg, aber das Stück vom Kuchen könnte noch größer sein, ne? Da bin ich schon leicht grummelig, dass wir jetzt in so einer Zeit groß geworden sind. Nein, es ist gar nicht so, es ist überhaupt nicht so tragisch, aber nur, damit ich es nicht vergesse. Ich habe damals, also wirklich nicht tragisch, aber ich habe mich, das ist mir jetzt selber ein Anliegen, das klarzustellen, weil ich bin auch großer Falco-Fan. Eigentlich. Falco mag ich natürlich. Und finde ich super alles. Ja, ich habe gesagt, unheilig hätte gesungen, muss ich denn sterben, um zu leben? Und das stimmt gar nicht. Das war von Falco. Ach wirklich? Aber von unheilig ist nämlich der nicht minder tiefgründige Satz, ich geboren, um zu leben. Ja, genau. Ja, stimmt. Ich bin geboren, um zu leben. Ja. Das war unheilig. Also da soll ich nochmal an der Stelle, dass man nie verwechselt ist, natürlich gar nicht gut. Da wird natürlich Falco sich im Grab rotieren. Aber ich glaube, der rotiert nicht mehr im Grab. Der ist schon ganz andere Sachen gewohnt. Der hat eine dicke Kuhhaut. Und ich muss ganz sagen, aber auch der Satz, ich bin geboren, um zu leben. Ich habe das damals immer schon gehört und gedacht, also müssen wir jetzt alles nochmal extra in dem Lied sagen. Dass man sagt, wenn ich einatme, atme ich wieder aus. Ja. Wenn ich, manchmal steige ich aus dem Bett, um den Tag zu starten. Das ist merkwürdig. Moritz, aber gerade, manchmal steige ich aus dem Bett, um den Tag zu starten, klingt schon jetzt wie ein Song, den es gibt. Weißt du? Ja. Das ist schon, da wüsste ich jetzt nicht, ob sie den Andreas Burani oder Tim Bensko gemacht haben. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Morgens aus dem Bett aufgestanden. Oh, 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 lecker Müsli in der Schale. Oh, 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 oh. Ja. Und manchmal muss man auch die Basics besprechen, weißt du? Da muss man auch mal so, also die holen ja dann auch irgendwie ab, dass man mal so eine Standortbestimmung hat. Nicht immer, dass man nicht immer so denkt, das sind, man braucht manchmal Musik, die anregend ist, geistig, und man muss manchmal Musik haben, die geistig so, ich sag mal, abregend ist. Ja, das Ding ist, du baust ja öfter Musik, die einfach da ist. Ja. Also es gibt ja so Songs, die begleiten dich und das ist, oh, ich muss dieses Gefühl verstärken. Ja. Aber meine steile These ist, außer so ein paar Freaks, die immer Musik hören, 75 Prozent der Musik in deinem Alltag ist ja eigentlich für den Hintergrund. Funktionsmusik. Warum? Es ist Funktionsmusik, ja. Warum gibt's dafür keine Charts? Weiß ich auch nicht, stimmt, aber ich glaube, die werden da richtig, also ich hab dann bei Spotify, gibt auch noch andere und so, blabla, also Apple Music oder weiß ich nicht, Schlag mich tot, ne, Deezer. CDs. Klar, CDs gibt's auch. Aber bei Spotify mach ich dann auch immer häufiger so Playlists an. Ich merke auch so, wie man Geschmack so langsam verplaylistet. Ja, machen wir auch. Und ich mach halt auch Funktionsmusik an. Also ich mach dann manchmal so, äh, Waldrauschen. Dann, Waldrauschen 2 empfehle ich sehr, ja. Dann, ähm, dann gibt's, dann manchmal, manchmal mach ich sogar Regen an, weil das ist auch beruhigend. Dann mach ich, ähm, White Noise oder Brown Noise an. Das ist White. White Noise kann ich gar nicht hören. Nee, kannst du nicht. Kann ich überhaupt nicht hören, nee. Das ist so ein bisschen, als wär's im Flugzeug. Da gibt's auch eigentlich immer so ein bisschen White Noise. Na, das find ich irgendwie ganz gut. Das ist, äh, und dann hab ich, dann hör ich halt, äh, auch dann zum Beispiel, wenn ich Sport mache, wenn ich alleine Sport mache, dann hör ich so, so Workout-Playlisten. Und... Was ist das für Musik? Also was ist das für Musik, die dir irgendwie sagt, hoch mit dem rechten Arm, wo viel Gewicht drin ist? Hoch mit dem rechten Arm, wo viel Gewicht drin ist? Hab ich gestern durchprobiert, viele Sachen, und da war ich, hab ich mich gewundert, wie die auf eine Workout-Playlist landen. Also da war jetzt zum Beispiel eine Frau, die hat sich beschwert, dass sie, also die Story war, um mich da kurz einzuführen, die Frau findet den, also die Frau findet den Mann sehr gut, die ist charakterlich überzeugt von dem, der macht alles für sie, aber im Bett ist er eine Niete. Ach Mensch. So, also er bringt sie nicht zum Orgasmus. Ja, hat sie mal, weil da hab ich grad im Buch zugelesen, ähm, hat sie mal mit ihm darüber gesprochen, weil ganz oft, jeder Körper ist ja sehr unik. Richtig. Und, ähm, das Gegenüber kann ja nicht, also das Gegenüber kann ja erstmal nicht wissen, was sie mag. Richtig. Ähm, das wär also quasi jetzt ein guter Schritt, um einmal aus sich rauszukommen, diese Scham zu überwinden und zu sagen, pass auf, ähm, vielleicht könntest du das mal machen. Und damit, klar, das Gegenüber ist erstmal, oh, fühlt sich erniedrigt, hat das Gefühl von, oh nein, ich hab versagt. Aber wenn man sich da erstmal durchbeißt, weißt du, mit dem gleichen Elan, mit dem er jetzt sie versucht hat, charakterlich zu überzeugen, wird er auch versuchen, sie mit dem Finger, mit der Zunge, was immer ihr Ding ist, auch zu überzeugen. Ja. Als Tipp da draußen immer über Sexleben reden und sagen, was man will, was man nicht will, weil das kann nur besser werden bei denen. Recht hast du, Moritz, aber sie hatte da erstmal den Weg gewählt, sich zu beschweren, in Form eines Songs, hinterliegt mit Beats, ja, und so, das hat sie, das war so ihr Ding. Und was soll ich sagen, der Song ist wirklich, also der ist ein Ohrwurm. Den kennst du wahrscheinlich sogar auch. Ich hab, ich weiß nicht warum, manchmal hat man das doch, man hört so hundertmal einen Song, hört es ja nie richtig hin, auf die Lyrics. Und dann hab ich irgendwie, weil man jetzt bei Workout, das lastet einen ja jetzt geistig nicht komplett aus, hört man dann auch mal den Song an. Ja, ich weiß, was du meinst. Und dann hab ich das zum ersten Mal, die Geschichte dahinter sozusagen, die Geschichte hinter dem Geräusch sozusagen gehört und hab mir gedacht, ach guck, ist ja witzig. Also irgendwie ganz interessant, dass das jetzt so eine, aber ich glaube, sie wollte so ein Feld aufmachen von, man will das, was einem gut tut, sozusagen, das will man dann auch nicht. Weißt du, man will dann so, das ist so die Erzählung. Das reicht nicht. Ja, das ist so diese leicht toxische Erzählung von, man will dann auch das Arschloch. Weißt du? Ja. Der so. Ja, das, will man das Arschloch oder will man, ich meine auf der anderen Seite, ich habe jetzt, ich kenne den, ich weiß den Song ja nicht, ich kann ja nur mit den Informationen arbeiten, die du mir gegeben hast. Richtig. Es ist natürlich aber auch, also ich verstehe ja auch ihre Krux, ne, dass sie sagt, oh, wir lachen zusammen. Ja, er gibt sich super Mühe. Letztens hat meine Mutter angerufen und er hat extra neben mir gestanden, weil er wusste, das ist ein schwieriges Gespräch und ich werde nachher wieder streiten, damit er sofort da sein kann. Aber im Bett, ne, also gar nicht. Also das passiert ja gar nicht. Also das, ja, er versucht es, aber, und das kann ich verstehen, dass sie sagt, das hätte ich ja nun auch gerne. Die beiden... Ich würde ja auch gerne mich im Bett befriedigen lassen, kann ich verstehen. Achtung, Murz, die beiden Nice Guys von diesem Podcast bringen euch zum Orgasmus. Herzlich willkommen bei Talk ohne Gast. Weißt du, weil wir mussten jetzt hier nochmal kurz abfeuern, wo wir überhaupt sind. Ja, klar, ja, klar, natürlich. Ja, finde ich super, finde ich super. Herzlich willkommen damit bei diesem Podcast. Es ist immer noch bitterkalt, wenn wir aufnehmen. Es ist wirklich, ich bin... Ja, es ist überraschend kalt. Also ich weiß nicht, die letzten Tage waren so geil. Jetzt war ich eben ganz kurz draußen, um quasi zu gucken, ob die Heizung angesprungen ist. Es ist ja furchtbar kalt. Was ist da los? Es ist bitterkalt. Es trifft halt umso härter. Der Frühling hat quasi schon den Panzer, den eigenen Panzer so ein bisschen ablegen lassen. Richtig. Und jetzt treffen mich diese eisigen Pfeile umso schlimmer. Ich weiß nicht, in welchen... Also, in welchen lyrischen Zaubertrank du da gefallen bist. Ich hab wohl gestern Abend die erste Folge von dieser Herr-der-Ringe-Serie geguckt. Ach, wow. Vielleicht bin ich da noch ein bisschen bei den Elben gefangen. Es gibt eine Herr-der-Ringe-Serie. Kannst du bitte davon erzählen? Also, ich weiß, dass da draußen jetzt 80% der Menschen stöhnend darüber zusammenbrechen, was für Trottel wir beide wieder sind. Ja, wieso? Aber Amazon Prime hat die teuerste Serie, die jemals gemacht wurde, gemacht. Ist das so? Und zwar, ja, es ist die Ringe der Macht, heißt es, glaube ich. Und es spielt in dem ganzen Herr-der-Ringe-Kosmos nach J.R.R. Tolkien. Also natürlich nicht von ihm, sondern, ja, wir haben die Geschichte ein bisschen weitergeschrieben. Und hat eine Serie gemacht dazu. Ah, wow. Sie spielt quasi vor dem Herr-der-Ringe. Das ist ja schon seit 22 draußen. Jahre alt. Das hat aber kein Arsch mitbekommen, oder? Also da habe ich niemanden darüber reden hören, irgendwie. Also dafür, dass das die krasseste Serie werden sollte überhaupt, vor allem, die ist ja dann, die sollte ja eigentlich anknüpfen an diese Drachenserie. Wie heißt sie? Dragon, House of Dragons. Nee, die andere. House of Cards. Nein, ähm, Throne. Game of Thrones. Ja. Game of Thrones war zu Ende. Ja. Und dann haben die sich gedacht, geil, dann machen wir jetzt hier die Serie für utopische Gelder. Und, ähm, dann klüpfen wir daran an, hat gar nicht funktioniert. Ah ja, okay. Hat wirklich keine Sau gesehen. Ja. Ich habe nur gestern, ich glaube, ich habe mit meinem Sohn über Harry Potter gesprochen. Ja. Und dann meinte er irgendwie, ja, und danach lese ich Herr der Ringe. Und dann habe ich gedacht, warte mal, da gab es doch diese Serie. Wann kommt die denn raus? Hab nachgeguckt gestern und gesehen, ja, die ist seit zwei Jahren abgelaufen. Das hat einfach niemand sich angeguckt. Nee, das hat wirklich niemand, ich habe auch jetzt hier schon gesehen, die Bewertung ist so bei irgendeinem Portal bei 2,5. Das ist nicht so gut von 5. Ja, aber na klar. Natürlich. Also du machst halt, naja, du machst halt einen Spin-off von etwas, was die Leute absurd doll geliebt haben und hast dann, kannst du nicht die Erwartung halten haben von, ja, ja, das toppen wir jetzt nochmal. Naja, also. Das ist ja Quatsch. Ach, ich glaube, wenn man das geil schreibt oder so, dann kriegt man das schon hin, aber da krankt es ja dann oft dran, dass sie nicht so richtig mit sich wohin wissen. Und du musst halt die ganzen Nerds von Tolkien auch zufriedenstellen, also du musst quasi, du musst dann sozusagen die Sprache der Tolkien-Fans sprechen und dann haben die das einfach gar nicht getroffen. Also ich glaube, möglich ist sowas schon, oder? Ja, es ist bestimmt, ja. Also bei Star Wars zum Beispiel gab es so ein Spin-off, das hat Leuten schon ziemlich gut gefallen, so, ne, bei Disney liegt das, glaube ich, also es gibt sowas schon, aber man muss dann so, glaube ich, ich glaube, man muss dann so den, das ist total schwierig, das zu treffen, weil du musst den Mut haben, was Eigenes zu produzieren, aber es darf nicht so eigen sein, dass du die Fans verprellst. Das ist richtig komisch. Naja, und die Fans sind ja auch noch anders, ne? Es ist ja nicht, die haben ja jetzt ja nicht eine Serie über Warhammer gemacht, wo dann irgendwie nur so ein Bruchteil der Bevölkerung denkt, oh, das stimmt ja gar nicht, der Helfen-Ork ist ja gar nicht. Ja. Sondern du hast halt was gemacht über Herr der Ringe und das, also die Fanbase ist ja so utopisch groß mit bestimmten Ansprüchen an diese Sache und ich habe, wie gesagt, nur die erste Folge gesehen, ja, ist einfach scheiße langweilig. Also es ist halt unbeschreiblich langweilig. Also klar, das ist erstmal so die Einführungsfolge und das ist viel mit Elben und so und du musst erstmal die Charaktere einführen, aber diese Gespräche zwischen den Elben und das wurde natürlich versucht, dieser Tolkien-Sprachduktus zu treffen, die Elben reden sehr hoch gestochen, ja, aber da halten die sich da auch eine Ewigkeit und alle, du hättest eigentlich, und das war das große Problem, alle rechnen erstmal mit, da muss eine geile Schlacht kommen. Erstmal musst du es hier eine krasse Schlacht geben. Dann mach doch am Anfang in der ersten Folge erstmal so ein bisschen richtig Schlacht, Schlacht, Schlacht und dann kannst du in der zweiten, dritten kannst du mir immer noch kommen mit irgendwelchen Dialogen, aber damit einzusteigen, da steckt der Hälfte ja wieder aus. Ultra nervig, das stimmt. Also man ist ja auch, die meisten Leute haben ja auch Herr der Ringe gesehen, so wie ich. Ich hatte da keine Ahnung, ich fand die Bücher langweilig, die waren mir zu langatmlich, sorry an alle draußen, die das mögen. Ich weiß, wenn man sich da reinfuchst, dann ist das geil, aber ich hatte da irgendwie keinen Bock, mich reinzufuchsen und dann habe ich halt die Filme gesehen, die war genau das Richtige für mich. Weniger lesen, mehr gucken. Mochte ich sehr gerne, hat mir gut gefallen und das war ja damals eine Materialschlacht und das war total faszinierend, wie geil da diese Schlachten aussagen und dann hat man eben auch manchmal dieses leicht, also dieses etwas zu pathetische auch gut ertragen können von den Leuten, die da sich unterhalten hat und dann hat man auch akzeptiert, dass da noch ein Ork ist und da noch ein Elb und so, weil ich bin jetzt auch nicht so ein Ultra-Fan, aber es war dann irgendwie okay. Und das waren dann wirklich diese geilen Schlachten, man wusste, okay, die kämpfen jetzt gegeneinander und es waren immer so geile Schlachten, die man gut nachvollziehen konnte. Also das war jetzt keine Schlacht, wo man wusste, ja, die gewinnen jetzt gleich, sondern das war eine Schlacht mit ungewissem Ausgang und einfach noch, weil das so Handmade war, da war ja Krieg noch Handmade, da waren Bogen, Pfeile und dann wurde da Pech, die Burgfestung da runtergekippt oder was. Ja, weißt du, da konntest du ja wirklich noch, da hat man, also wow, ich steigere mich hier rein in, da hat Krieg noch Spaß gemacht. Ich wollte gerade sagen, wo ist das Ende? Wo ist das Ende deiner, ach war das schön. Nee, aber auf eine Art ja wirklich, also natürlich, die hatten, also das war alles, also wenn man da jetzt mal gelebt hätte, das wäre alles nicht kein großer Spaß gewesen, aber es ist ja so dargestellt, als würde man sich denken, ja, oder, also es ist ja schon so, also ich sag mal so, die Darstellung zumindest, ja, ist ja dann so, dass man sich denkt, ach klasse, hätte ich auch gerne mal mitgemacht. Ja, auf jeden Fall, ja, das stimmt, die Darstellung ja. Ja, ich weiß, dass es dann nicht so ist. Ja, genau, weil ich bin im Ertum, glaube ich, sehr lange aufge, wie nennt man das, aufgepferdet? Aufgesessen. Aufgesessen, ja. Ich bin im Ertum sehr lange aufgesessen, als ich dachte. Aber da ist es richtig, das ist bei Pferden auch so, da sitzt man auch auf, ja. Ja, ja, ja. Da ist man aber aufgesattelt. Ich bin im Ertum sehr lange aufgesattelt, dass ich gedacht hatte, ja, das ist ja, war ja ein viel fairerer Kampf und wenn, dann möchte man ja da kämpfen und dann habe ich mir aber irgendwann, ist mir so ein Buch in die Hände gefallen, wo das quasi historisch einmal aufgearbeitet wurde, wie so eine Schlacht abgelaufen ist, weil, also meistens bist du da reingelaufen und dann bist du sofort, hast du eine Wunde bekommen, aber nicht so, dass du gestorben bist, sondern da hattest du so ein Schwert unten links im Bauch und dann, ja, hast du da eigentlich gelegen im Schmutz, Leute sind auf dir rumgetrampelt und du hast zweieinhalb Tage lang, hast du da einen Wundbrand. Richtig, dann eitert das so rum. Bis du irgendwann an Fieber gestorben bist, ist einfach nur furchtbar. Der Idealfall ist dann, dass der Kollege von dir dann einfach sagt, soll ich zu vorbei machen? Dann sagt er, ja, mach vorbei und dann hackt er einem selber den Kopf ab. Ich weiß, es ist unangenehm. Ich denke auch immer, das war so zugig, das ist ja nichts für mich. Die kämpfen ja teilweise da im Regen oder was, im Schlamm, das ist ja gar nicht meins. Also bei mir, also ich könnte maximal von 20 bis 25 Grad fühle mich nicht in der Lage, für meine Leute zu kämpfen. Ja, für Till Reiner ist ein Stellungskrieg eigentlich nur in der Orangerie machbar. Ja, ein Stellungskrieg nur mit Aperol Spritz in der Hand. Ja, also das ist, das wäre sonst gar nichts für mich. Dann würde ich, das gibt es ja leider nicht, Filme über Leute, die desertieren, damit das mal kultiger wird. Weil die werden ja immer noch in so einer bekackten Kriegseuphorie oder so, werden die ja immer noch so als so Feigling oder so dargestellt. Aber eigentlich wäre das ja geil, wenn es dann mal eine größere Bewegung gäbe von Leuten, die sagen, nee, wir haben keinen Bock zu kämpfen, dass dann einfach der Krieg nicht stattfindet. Also jetzt auf beiden Seiten. Ich weiß, es müsste jetzt groß sein und so, das ist irgendwie so ein bisschen naiv. Aber wo ist denn, wo sollte denn Naivität zu Hause sein, wenn nicht in einer fiktionalen Serie? Ja, also das könnte man ja auch mal machen. Das könnte man ja auch mal zeigen, dass die Leute sich einfach denken, ey Leute, lass mal gehen. Lass mal, ich hab gar keinen Bock. Aber in so einem Mittelalter-Setting. Ja, genau. Und dann vielleicht, um es noch absurde zu machen, einfach so eine Gruppe von so Orks. Ja. So eine Ork-Gruppe, die da irgendwie, die dann jetzt kämpfen soll gegen die Elben und Leute von Rohan, die sich denken, nee, Leute, das ist hier, guck mal, ja, ich weiß, ich sehe aus, wie ich aussehe, aber ich bin ja die automatischen Scheißmonster. Und dann desertiert so eine Gruppe von 50, 60 Leuten und die bauen dann so ein Dorf auf. Und davon erzählt diese Serie. Ja, genau. Wo die versuchen, Handel zu installieren mit den Zwergen und immer mit diesen Vorurteilen zu kämpfen haben, dass hier Orks sind und auch so aussehen, aber auch so eine Magna Carta aufbauen innerhalb des Dorfes, wo sie sagen, nee, jedes Leben ist wertvoll und so. Das Leben ist wertvoll. Ja, finde ich gut. Ja, aber da müssen wir gucken, dass da ein bisschen Pep reinkommt, weil klar, man guckt es für die Schlachten und ist dann irgendwann in so einem urbanistischen Projekt gefangen. Da wäre ganz gut, wenn wir da nicht den gleichen Fehler machen wie diese Herr-der-Ringe-Serie, dass die Leute sich da nur noch unterhalten, oder sich da irgendwie, das ist natürlich das große Problem. Ja, das stimmt. Krieg ist rein inszenatorisch, rein filmisch jetzt, ist das natürlich immer spannender als Frieden. Deswegen muss man da irgendwie gucken, wie man das da irgendwie gefüllt kriegt. Aber es ist auch teurer. Es ist auch viel teurer. So eine Kriegsszene ist ja viel teurer, als wenn du einfach nur Liebe machst. Stimmt. Arthouse ist eigentlich immer, wenn Frieden ist. Krieg ist Popcornkino. Das braucht das große Kino. Das braucht das IMAX. Und eigentlich so die Gespräche in Friedenszeiten, das kannst du dann eigentlich immer so mit zwei iPhones aufnehmen. Das machst du mit der wackeligen Handkamera, das ist völlig okay, das ist geil. Das ist so ein Kammerspiel mäßig. Ja, ja, ja. Ach Gott, ey. So, ey, Moritz. Ja. Bist du denn schon mal, ich möchte das hier mal ein bisschen auf die persönliche Ebene bringen, ne? Aber warst du schon mal in der Situation, dass du dich prügeln musstest? Ja. Ja? Ja. Erzähl mir davon, Moritz. Es war, das erste Mal, dass ich mich so richtig geprügelt hab, war auf dem Weinfest. Wo auch sonst als auf dem Weinfest. Ja. Und wir hatten einen Auftritt, ich glaub ich war 17 oder sowas, und wir hatten einen Auftritt auf dem Weinfest und dann haben wir uns, naja, wie man damals sagte, zugelötet. Und waren, glaub ich, zu fünf oder zu sechs waren wir da unterwegs und wollten dann eigentlich weg vom Weinfest. Und da war ein so ein aggressiver, ich sag mal 20-Jähriger, so ein kleiner Bulle mit so einem HSV-Schal. Und der hatte einfach aus unserer Gruppe, hatte den so angepöbelt und so weggeschubst. Und da wir zu fünf waren, haben wir uns gedacht, so, Alter, jetzt, heute ist der Tag gekommen, jetzt machen wir den fertig. Das lassen wir uns, das lassen wir uns nicht mehr gefallen. Wir sind ja gerne die Versager, aber nicht gegen ihn. Richtig. Jetzt ist Schluss. Sehr gut. Und dann hat er uns alle verprügelt. Wie geht das denn? Ja, das, ich war mir auch unsicher. Also, ich bin dann hin, weil ich dachte so, jetzt, okay, Leute, das machen wir. Und dann hat er meinen Kopf genommen und gegen so eine Regenrinne gehauen. Was? Ja. Gegen eine Regenrinne? Moment mal, wo war denn die Regenrinne? Die war ja ganz, die ist ja normalerweise oben. Ja, war so eine Häuserecke, die geht ja runter bis auf den Boden. Ach so, ich verstehe. Also quasi so ein Rohr einfach, wo dann, ja quasi ein Rohr. Genau. Der hat dann seinen Kopf gegen gehauen. Was ist das denn, Moritz? Bevor ich irgendwas machen konnte. Was ist das denn für ein Arschloch? Kannst du mir die Nummer sagen? Den finde ich, den hau ich zu Brei, Moritz. Meinem Moritz soll sowas nicht angetan werden. Nee, und dann hat er uns alle verhauen. Und dann ist er besoffen weiter. Also, er war, und er war wirklich, er hat getorgen. Moritz, aber was hat, ja, Moment mal, Entschuldigung, aber was seid ihr denn für Lappen, Moritz? Nee. Mal ganz ehrlich, also, was ist denn los? Du kannst doch Judo, du erzählst doch immer, ich war Judo-Meister. Was ist denn los? Und dann lässt du dich davon nebenaus knocken. Wie betrunken wart ihr denn? Sehr. Ah, ja. Das ist auch ein Problem dann, ne? Das macht einen oft dann gar nicht mehr so beendet. Weil du bist ja eigentlich eine Katze, du bist ja eine Karate-Katze. Ich bin eine Katze. Ich bin eine Katze, ja. Aber, sagen wir mal, besoffen hat die Katze Socken an. So sagt man, ja? Das ist ein altes Sprichwort. Und dann habt ihr euch da zur Fünft von einer besoffenen Figur verprügeln lassen. Da habe ich das richtig zusammengefasst. Was uns nicht davon abgehalten hat, danach wundenleckend bei unserem Schlafplatz unsere eigene Heldengeschichte nochmal zu erzielen. Ah, ja. Die haben wir platt gemacht. Die haben wir platt gemacht haben wir den. Aber habt ihr ihm auch ein bisschen weh getan oder gar nicht? Ich glaube, das Problem war, also wir haben versucht, ihm weh zu tun. Aber der Typ war ein Berserker. Also der hat, ich weiß nicht, der war halt nochmal sehr viel besoffener als wir. Der hat einfach eingesteckt und weggesteckt. Ah, verstehe. Ja, okay. Das ist ja irgendwann wieder Panzerung. Alkohol als Panzerung. Ah, ja, verstehe. Das war ein Erlebnis und dann habe ich mich sehr oft am Zopp geprügelt einfach. Also ich wurde einfach, da gab es so eine Gruppe von so Jugendlichen und die haben einfach Leute verprügelt. Zentraler Omnibusbahnhof heißt das übrigens. Zentraler Omnibusbahnhof und das war der Ort, wo man verprügelt wurde. In Hamburg, ja. Nee, 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 nicht in Hamburg. Nein, in Itzehoe. In Itzehoe. In Itzehoe. Ja, habt ihr sowas schon? Einen zentralen Omnibusbahnhof. Das gab es, ja. Da sind alle Busse gehalten. Das war super. Wow. Und da hast du dich, also da bist du öfter verprügelt worden von Jugendgruppen. Oder hast du da auch, ja. Oder hast du da auch Kontra gegeben? Gar nicht. Naja, das Ding ist, du warst ja alleine da. Also du bist ja, also die waren ja nicht dumm. Die waren ja nicht zu vieren und haben einfach dann gesagt, oh, da ist eine 20-köpfige Gruppe, dass die verprügeln. Sondern die haben sich ja immer jemanden rausgepickt, der alleine da war. Ich war immer, Gott. Und wenn du nicht schnell genug weg warst. Genau. Und ich war immer, warum auch immer, ich war immer schnell genug weg. Ich hab noch nie in meinem Leben so richtig auf die Fresse bekommen. Also, aber immer, ich war immer kurz davor. Und deswegen wollte ich jetzt mal fragen, wie das so ist. Also, die sind ja dann so, du weißt ja wahrscheinlich sehr schnell, man kriegt dann Riecher dafür, wenn die so auf Krawall gebürstet sind, ne. Und dann weißt du von, oh, jetzt geht's los. Du weißt sehr schnell, dass es keinen Ausweg gibt. Und wie geht's dann los? Wohin hauen die denn? Ist das eigentlich immer klar, wohin die hauen? Oder, also, ja, wie läuft sowas ab dann? Aus eigener Erfahrung kann ich dir nur sagen, schnell Gesicht. Das ist einfach schnell Gesicht bei dir. Die hauen ins Gesicht, das darf man. Ja, natürlich. Das darf man doch eigentlich gar nicht. Ne, da gibt's auch, meistens kommt dann, das gibt's an jedem größeren Zopp, gibt's einen, so einen Schiedsrichter, der kommt dann und pfeift dann und sagt, stopp, 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 time out, time out. Gesicht ist verboten. Ne, ins Gesicht hauen, mit der Faust, ins Gesicht. Ja, mit der Faust ins Gesicht. Boah, das tut ja richtig weh. Das tut richtig doll weh, ja. Man ist richtig, also, man schätzt das auch, ne. Also, das Problem ist ja nicht nur, dass es doll wehtut, sondern dir drehen ja auch die Augen. Wenn du auf die Nase getroffen wirst, dir Tränen ja erstmal fünf Minuten die Augen. Du bist einfach völlig ausgenockt. Also, du bist einfach konfliktunfähig danach. Ach, scheiße. Und das ist ja das Problem. Deswegen, aber das ist auch das Gute, ne. Das Problem ist, bei diesem auf die Nase hauen von Leuten ist, dass wenn die dich falsch treffen, rutscht dir das Nasenbein ins Gehirn und du stirbst. Oh. Deswegen wurde irgendwann, und das ist einmal passiert, und danach hörte das mit der Nase auf. Ja. Und danach wurde dann in den Bauch getreten. Das war dann das Nächste. So hatte ich mir das vorgestellt. Ja. Ja. Das tut auch weh, natürlich. Aber nicht so doll, muss ich sagen. Also, es tut auch weh, aber du bist halt nicht komplett verschwommen von vornherein. Ja. Und lassen die dann irgendwann von einem ab, wenn man dann am Boden liegt? Oder wie ist das? Oder ist das dann... Ähm... Ist das immer der gleiche Ablauf dann? Hm. In bestem Fall sehen das größere Schläger-Truppen. Also, was mir zweimal passiert ist, ist, ich wurde von so einer Schläger-Truppe... Das ist alles furchtbar. Oh Gott. ...schläger-Truppe zu Boden genockt. Ja. Und dann kamen aber quasi größere, fünf größere Leute, die auch Bock auf Prügeln hätten. Und die haben dann die anderen verprügelt. Toll. Ja, das ist aber schön, oder? Das war ein schönes Gefühl dann. Naja, dachte ich in dem Moment auch. Ähm, und danach dachte ich, oh, jetzt gibt's irgendwie sowas, die helfen mir. Und dann hab ich festgestellt, gar nicht. Wir hatten einfach auch Bock auf Prügeln. Ja. Und haben mich dann aber einfach völlig am Boden liegen lassen. Und sind dann einfach dann auch einfach weitergegangen. Aber die prügeln, bis man am Boden liegt, dann machen die nicht mehr so viel. Das ist eigentlich schon so die Schläger-Ehre sozusagen. Ich glaube, also, ja, ich weiß nicht, ob es so eine Schläger-Ehre gibt. Bei uns gab's das, ja. Ja. Also, da wussten, da kannten die schon irgendwie ihr Limit. Die waren aber auch 14, 15. Ich weiß nicht, wie das dann später war. Ja. Aber damals, wenn du am Boden liegst, dann warst du ausgenockt und dann war auch gut. Boah, weil... Da hat nochmal jemand auf dich gerotzt oder sowas, aber sonst war nicht mehr. Toll. Boah, ist das alles scheiße. Ja, was für Arschlöcher. Und haben die dich dann auch abgezogen? Also, haben die dann immer so ein Portemonnaie genommen oder nicht? Nee. Achso, nee. Die wollen nur prügeln. Nee. Die wollen nur prügeln. Okay. Ja, so welche sind wir nicht, haben die sich gedacht. Wir sind einfach ganz normale Schläger, die nicht abziehen. Da wollen wir nicht verwechselt werden, in einen Topf geworfen werden. Das erste Mal, ich weiß, das habe ich glaube ich noch nicht erzählt, das erste Mal, dass ich verprügelt wurde, war richtig obskur, weil ich war alleine beim Friseur. Ich war irgendwie 13 oder sowas und ich hatte Judo-Training und davor war aber so eine Straße weiter, war ein Friseur. Und meine Mutter meinte, okay, pass auf, geht zum Friseur und dann zum Judo, danach hole ich dich ab. Und ich saß beim Friseur, alleine in dem Laden mit dieser Frau, die mir die Haar geschnitten hat und dann kamen so zwei Jugendliche rein, die sich dann so zu mir setzten und so getan haben, als würden sie mich kennen und meinten, ey, Johnny, ey, Johnny, hi. Und dann haben sie sich da so neben mich gesetzt, auf die Friseurstühle. Oh, das ist furchtbar. Und die Frau hat mich weiter rasiert und weiter rasiert und irgendwann meinte, ja, wir warten draußen auf dich. Und dann guckte sie mich an und meinte, kennst du die? Und ich meinte, nein, ich kenne die nicht, ich habe die noch nie gesehen. Und dann hat sie mich abkassiert und hat mich rausgeschickt einfach so und dann haben die mich da draußen, haben mir in den Bauch getreten, haben mir an den Kopf gehauen und dann bin ich weggerannt. Fuck, aber da werde ich, also okay, aber. Es war so richtig, es war so richtig obskur. Das waren Sinan und Gogo, so hießen die, habe ich später herausgefunden. Die haben mich dann sehr, sehr oft noch verprügelt. Und das waren so Sinan und Gogo. Aber wie kam das denn dazu? Aber das ist doch super absurd, die sind dann in den Friseur. Es war richtig wahllos. Die haben mich gesehen durchs Fenster und gedacht, komm, dem machen wir auf die Frise. Sinan und Gogo, ja, aber die waren so, mein Vater hat mir das irgendwann erklärt, die waren so, die kannte man in Itzehoe. Die waren auch zwischendurch dann im Knast später, weil die noch verprügelt haben. Mein Vater war Sozialarbeiter, deswegen. Ja, genau. Und deswegen kannte er die natürlich alle. Und Sinan und Gogo waren so zwei Cousins, die waren dann so abwechselnd auch im Knast später. Aber das waren auch die, die am Zopp gesessen haben und die dann mich dann, sobald die mich gesehen haben, irgendwie hatten die mich auf dem Kicker. Obwohl, wir hatten ja auch keine Beziehung davor. Es ist ja nicht so, als wären wir mal beste Freunde gewesen, aber dann habe ich die beim Pokémon-Tarten abgezogen oder so. Gar nicht. Die haben mich gesehen, dann haben die mich verprügelt und das lief über Jahre hinweg. Keine Ahnung, warum. Ich meine, jetzt ist es ja passiert, ne? Aber hättest du da nicht fragen können, ob bei der Friseurin, ob es da sowas wie einen Hinterausgang gibt? Ja, aber ich war 13. Ich war einfach, ich weiß, heute noch das Gefühl, diese Angst, diese Panik, dieses Schwitzen, dieses Nicht-zu-Wissen-Was, völlig überfordert zu sein. Ja, sie hätte einfach sagen sollen, ey, bleib hier, bis die weg sind oder ich rufe die Polizei oder geh hinten raus. Das ist echt traumatisch, ey. Das ist echt furchtbar. Ja, das war richtig merkwürdig. Ja, da ist man, ja, ach mein Gott. Ja, die kleinen Scheißschläger, ne? Scheißschläger. Ja. Ja, aber ich habe das lange nicht mehr gehabt. Ich habe mich wirklich sehr, sehr lange, also ich wurde mal im Zug attackiert von so einem Nazi, aber ich musste mich seit Ewigkeiten nicht prügeln und jetzt habe ich Personenschutz jetzt, würde ich mich prügeln lassen. Ja, das ist das Beste. Das hätte man vorher, wenn man gebraucht, ne? Darauf warte ich noch. Das hätte man ab zwölf, bräuchte man eigentlich so einen Typen, der das regelt. Ja, so Personenschutz einfach. Ein Personenschutz. Einfach jemand, der diskret im Hintergrund bleibt und wenn so ein anderer Zwölfjähriger kommt, der ihm einfach so richtig aufs Maul haut dann. Ja. Ja. Das wäre, also als Selbstverteidigung, das ist klar. Ach, jetzt sollte, weil das eigentlich so eine spaßige Nachfrage, jetzt ist es doch, wenn man sich da näher mit befasst, doch gar nicht so lustig. Das ist dann doch ein bisschen unangenehm einfach alles. Du hast gedacht, so, ja, humoristisch, spaßige Nachfrage, sagen wir mal, Thema Prügeln. Aber du hast dich nie geprügelt. Ja, da haben wir schon mal drüber gesprochen, glaube ich. Du hast dich nie... Nee, ich bin einfach irgendwie... Du bist einfach ein Wortkämpfer, bist du. Ich hatte einfach immer unfassbares Glück in meinem Leben und ich glaube aber, wenn ich jetzt, also rein statistisch wäre ich jetzt beim nächsten Mal fällig. Also es ist einfach zu oft passiert, dass ich so eine Sekunde davor war, auf die Fresse zu kriegen und dann wirklich, wie mit magischer Hand, also da habe ich glaube ich schon mal erzählt, so Leute haben mich eingekreist, wollten mich abziehen. Ich war 18, 17, 18, wirklich so acht Leute, ey, hast ein Handy? Irgendwie so, da wusste ich schon, oh fuck. Und wie ich gucke mich um, ich denke mir, fuck, das ist ja wieder ein Film hier, ist ja niemand, die kreisen mich gerade ein. Oh mein Gott, wird das scheiße. Und dann waren die gerade, der Kreis zog sich immer mehr zusammen, ich stand wirklich in einem Kreis und ich wusste, jetzt gibt es einfach nur noch geladenlos aufs Maul und die ziehen mich ab. Die waren, die wollten beides. Die wollten auf jeden Fall beides. Die waren noch sauer, dass ich denen nicht sofort das Portemainé gegeben habe, aber ich war da richtig bockig. Ich war da richtig, ich hatte ganz viel Angst, aber ich hatte auch, irgendwo gab es auch Wut in mir. Und dann habe ich, deswegen habe ich es dann nicht sofort gegeben. Und dann auf einmal rannten die weg, wirklich in letzter Sekunde rannten die weg und dann kam da so ein Sicherheitsdiensttyp mit so einem Elektroschocker. So, hat mir seinen Elektroschocker, wirklich wie im Film, haben wir, ohne den solltest du hier nicht rausgehen, hat er gesagt. Und dann, und da habe ich mich erinnert gefühlt an diese Friseurgeschichte, aber ich war natürlich auch älter und die Situation war eine andere, habe ich in einem Ring, in so einem Einkaufscenter Sachen eingekauft danach. Der war auch von dieser Maul. Und dann kommt er wirklich nochmal nachher zu mir in der Maul und sagt, die warten da draußen vor der Maul auf dich, geh hinten raus. Und dann bin ich noch nie, ich bin noch nie in meinem Leben so schnell gerannt. Also hinten raus gerannt einfach nur. Ist aber auch einfach, muss man sagen, ein guter Sicherheitsmann gewesen. Also der nicht nur die Situation entschärft hat, sondern dann noch im Nachhinein Situationen im Hinterkopf und im Blick behalten hat. Was ist ein guter Typ? Absolut guter Typ, würde ich heute gerne mal wieder treffen. Vielleicht, den würde ich dann einfach so als Sicherheitsmann mit auf Tour nehmen, weißt du, mit seinem Elektroschocker. Ja, das wäre schon geil. Weißt du, das ist auch nur einfach so ein, also wahrscheinlich, also keine Ahnung, so jemand mit so einem Sicherheitsschein, der jetzt auch nicht, wahrscheinlich einfach nur so ein guter Typ, weißt du? So einfach nur so ein guter Typ, der jetzt aber eigentlich gar nicht jetzt so eine krasse Ausbildung hat oder so, einfach nur so ein Elektroschocker. Ich bin mir auch relativ sicher, dass er diesen Elektroschocker gar nicht haben durfte, weil das ist eine Waffe. Könnte auch sein, ja, ja. Du darfst eigentlich als Sicherheitsmann nicht einfach so einen Elektroschocker haben. Also du darfst ja, du darfst ja eigentlich gar nichts haben, ich hätte ja keine Ahnung, aber du darfst ja eigentlich nichts haben. Wenn du es extra beim Landeskriminalamt für eine bestimmte Situation eingefordert. Ja, Moritz, aber sorry, so ist die Welt da draußen nicht. Die stehen da alle mit einem Butterfly, da brauchst du, also wirklich, das wäre doch das Geilste gewesen, wenn ich so komisch wäre, dass der, Entschuldigung, aber jetzt mal zu Ihnen, junger Mann. Danke nochmal für die Aktion, aber ist das, ist der Elektroschocker hier eigentlich? Aber ist das nicht anmeldepflichtig? Haben Sie da eigentlich eine Anmeldung? Den muss ich jetzt einkassieren, leider. Ganz komischer Plottwist auf einmal. Apropos, den muss ich jetzt einkassieren. Vielen lieben Dank für die vielen Zuschriften zum Thema des Telefon-Telekommunikationsanbieters. Wir haben gepiept, ich hatte Probleme mit einem Telekommunikationsanbieter, der unfassbar scheiße ist. Wir haben den Namen aber gerauscht. Wir haben den Namen gerauscht und es war allen klar, wer es ist. Es gab nicht eine Nachfrage und also jetzt, keine Ahnung, vielleicht sagst du mir, ob ich mich zu sehr reinsteige oder so, aber ich halte das wirklich für einen Skandal. Weil das ist ja, also das ist einer der großen Telekommunikationsanbieter, wenn das alle wissen, dann heißt das, der ist so scheiße, das hat sich rumgesprochen mit allen. Wieso darf es die noch geben? Wir erzählen hier immer das Märchen von Marktwirtschaft und da Konkurrenz, da setzen sich die Besten durch, warum ist denn immer noch dieses unfassbare Kacke-Unternehmen, warum ist es nicht pleite? Ja, ich weiß. Und wir können alle daran arbeiten, dass es pleite geht. Wenn ihr Probleme habt mit diesem Telekommunikationsanbieter, dann meldet euch, jetzt kein Spaß, meine ich ganz ernst, bei der Bundesnetzagentur. Da kriegen die Angst. Da habe ich auch mehrere Zuschriften bekommen, die Bundesnetzagentur ist dafür zuständig. Also wenn ihr über längere Zeit nicht das an Volumen bekommt, also an Datendurchfluss, was euch versprochen wurde, meldet euch bei der Bundesnetzagentur. Wenn ihr lange Zeit kein Internet habt, meldet euch bei der Bundesnetzagentur. Melden, 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 weil die sind dafür zuständig. Das ist quasi der staatliche Arm, den es gibt dafür und das ist das Einzige, was denen auch Angst macht und das denen auch ruhig schreiben und sagen, ich schreibe der Bundesnetzagentur, das wirkt oft Wunder, muss ich sagen. Ich habe schon eine Story gemacht, irgendwann vor ein paar Wochen und da habe ich mich so schlecht über die geäußert, beziehungsweise was heißt schlecht über die geäußert, ich habe einfach. Du hast dir einfach nur die Wahrheit gesagt. Naja, ich habe tatsächlich, ich habe nur, tatsächlich, also pass auf, ich habe nur einen Screenshot gemacht von dieser Bewertung, wie die bewertet sind mit dieser unfassbar schlechten Bewertung von diesem Unternehmen mit 25.000 Bewertungen oder so und dann habe ich geschrieben, das ist ein Wunder, dass es die noch gibt. Mehr habe ich nicht geschrieben und dann meldeten sie sich zwei Minuten später, ich habe dich verlinkt, dann haben die sich zwei Minuten später gemeldet. Herr Reinhardt, was können wir für sie tun? Herr Reinhardt. Wo ist denn das Problem? Was ist denn das Problem? Ja und das Ding ist, also es ist schon krass, dass wir den Namen komplett wegrauschen und sämtliche Leute sagen, ja es war die Firma und man denkt, ja es war die Firma, alle wissen, dass es die Firma, die Firma selbst hat diesen Podcast gehört und gemerkt, okay wir müssen was Neues machen, hat die Chefetage gewechselt, also selbst die wissen, dass sie scheiße sind. Talk ohne Gast wirkt, muss man mal sagen, in der Zwischenzeit ist der Chef von diesem Unternehmen abgesägt worden, es gibt einen neuen Chef, ich nehme an, es liegt an unserem Podcast, alles andere wäre Spekulation. Alles andere macht keinen Sinn, also alles andere, es gibt viele Zufälle, ja auch zeitlich geschehen, oh Zufall ist zusammengekommen, hier nicht. Da hat das jemand gehört, da hat der komplette Vorstand, da hat einer, das ist natürlich Quatsch, nicht der ganze Vorstand des Unternehmens, hört unsere Folge, aber einer aus diesem Vorstand hat diese Folge gehört, hat bei der nächsten Sitzung gesagt, so Leute und da hören wir jetzt mal rein und danach wurde gesagt, okay wir müssen jetzt was ändern. Also jetzt, das war der letzte Nagel in dem Sarg unseres Unternehmens, ja. Ja, genau, also mir haben ganz viele Leute auch von ähnlichen Sachen geschildert, 30 Telefonate, 5 Monate später kein Internet gehabt, irgendwie. Es gibt Leute, die haben sogar gefakt, dass sie umgezogen sind, das geht, irgendwie, der Arbeitgeber oder so, vom Arbeitgeber oder so, haben die sich eine Bescheinigung geholt, die haben gefakt, dass sie umgezogen sind, um früher zu kündigen. Ihr könnt aber tatsächlich auch als Unterkündigungsgrund angeben, dass ihr über mehrere Wochen oder Monate kein Internet hattet, dann könnt ihr auf jeden Fall sofort kündigen, macht das. Und falls ihr euch denkt, aber wie schreibe ich sowas denn? Chat GPT, ich hab das die schreiben lassen, das ist fantastisch und dann hab ich Chat GPT sagen lassen, mach es bitte saurer. Also schreibt es saurer. Und dann schreibt Chat GPT das saurer. Und ich hab gedacht, ja, das ist gepfeffert. Das ist eine gepfefferte Sonderkündigung. Das überhaupt bei so ganz vielen offiziellen Sachen, das ist mir jetzt erst klar geworden. Wir hatten in einem Freundes- und Bekanntenkreis hatten wir so eine, es gibt ja manchmal so Konflikte, ne? Und da muss man so böse Nachrichten ohne Betreff schreiben, weißt du? Oder, weißt du, wenn man so eine E-Mail ohne Betreff bekommt, da stehen dann so Sachen drin, was man alles jetzt gerade doof fand und dass das Verhalten nicht geht und so, ne? Und wenn man das nicht selber formulieren möchte, wenn man sich denkt, das ist alles so kompliziert, dann kann man bei Chat GPT das auch eingeben. Und mal gucken, einfach nur, ich sag ja nicht, erstes Angebot erstmal, als Ideenfindungsprozess. Richtig, als Teil des Ideenfindungsprozesses, das wird, glaube ich, noch häufiger so sein, ein Freund von mir ist Dozent an der Uni. Ja, und der hat jetzt einfach mal eine Arbeit bekommen von jemandem. Über Chat GPT gemacht. Hat es durchlaufen lassen, das ist Chat GPT gewesen. Ja, klar, natürlich. Hat die angeschrieben und die hat gesagt, ja, aber das steht ja gar nicht in der Prüfungsordnung, dass man ihn nicht benutzen darf. Fucking dreist. Ja, aber... Ach so, aber, ach, das ist nicht erlaubt. Ja, du müsstest ja dann reinschreiben, ne? Ja, aber musst du ja reinschreiben. Also deswegen an der... Ja, aber natürlich, aber es ist halt super frech. Also komm, es ist einfach frech. Also das ist ja, Moritz, gesunder Menschenverstand und Jura, ne? Das, ich weiß, das hat, das schließt sich manchmal aus. So, und das ist natürlich, aber das ist natürlich so eine Spitzfindigkeit, die weiß das natürlich genau. Ja, natürlich. Und dann hat auch mein Freund gesagt, ach so, nee, das ist, ja, nee, wenn sie da das Prüfungswissen ja so auf anderen Wegen, aber ja, wir haben gar kein Problem, dann machen wir einfach eine mündliche Prüfung nochmal zu dem Thema, ist ja gar kein Problem. So, ne? Und dann hat sie geschrieben, bla bla bla, bla 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 und so. Und dann hat er festgestellt irgendwann, selbst die Mails, die sie geschrieben hat, sind mit ChatGPT geschrieben. Natürlich! What the fuck, Alter? Ne, deswegen, bei meiner Frau an der Uni wurde das extra jetzt, wurde das extra geändert. Da wurde das nochmal allen extra gesagt, Leute, übrigens dürft ihr das nicht mit ChatGPT machen. Und ihre Reaktion auch war, dass sie meinte, Herr, natürlich nicht. Aber ich denke, ja, aber du musst das natürlich einmal offiziell sagen, damit du dann sagen kannst, hier, wir haben das offiziell einmal schon gesagt. Das ist wie bei, naja, bei uns an der Schule dürfen keine Nazis ihre Kinder hinschicken. So. Das wäre jetzt eigentlich, oder war bis vor letztes Jahr war das so, ja, natürlich dürfen die das nicht. Naja, aber du musst es extra, bei jedem Bewerbungsprozess musst du sagen, übrigens, wenn ihr Nazis seid, Kontakt zu Nazis habt, mit Organisationen sympathisiert, die mit Nazis Kontakt haben. Du musst wirklich alles formulieren und einmal den Leuten sagen, damit du dann später sagen kannst, naja, wir haben dir das ja da gesagt. Weil es so viele Fälle gibt, wo Leute recht bekommen haben, die Nazis sind. Wo gesagt wurde, naja, wir wollen nicht, dass du hier als Lehrer arbeitest. Die dann gesagt haben, naja, aber bei euch jetzt, also in meinem Arbeitsvertrag steht nicht, dass ich kein Nazi sein darf. Ich habe auch jetzt nicht das Gefühl, dass mir jetzt oft gesagt wurde, ich dürfte kein Nazi sein. Ich habe zum Beispiel, habe ich mal gehört, dass ein Schüler gesagt hat, bla 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 bla, da gab es keine Bestrafung. Also woher hätte ich wissen sollen, dass man als Nazi nicht arbeiten darf? Und dann meinten Gerichte, ja, dann Punkt, dummerweise. Also ja, da hat er wohl einen Punkt. Deswegen, klar, du musst den Leuten sagen, nicht mit Chatschi, miti. Genau, es ist wirklich so, ja, ja, es ist natürlich frech. Aber ich fand es irgendwie interessant, dass das einfach jetzt, also natürlich ist es so, aber ich fand es irgendwie cool, dann nochmal so das Feedback zu bekommen. Und diese Idee vor allen Dingen, dass man ja auch Nachrichten schreiben lassen kann und Vorschreiben, das finde ich, das kann man ja manchmal, ich finde nämlich gerade bei so Unternehmen, die sich gar keine Mühe geben und die ja auch ihrerseits mit so automatisierten Scheißantworten anfallen, genau, einfach auch die Armada von Computern selber mobilisieren und Computer gegen Computer. Ich habe neulich so eine Kunstsache gesehen, so eine Kunstinstallation gibt es, da redet Siri mit ChatGPT. Ja, habe ich auch gesehen. Das liebe ich. Das ist absurd. Wie kann ich dir helfen? Und dann, und das Geile ist, ja, und dann so, man denkt so, okay, aber die sagen jetzt so, wie kann ich dir helfen, wie kann ich dir helfen? Und dann nach drei Minuten sagen die aber, ja, wir könnten über ein Thema reden. Wie wäre es denn zum Beispiel über AI? Wir könnten über künstliche Intelligenz reden und dann reden die über sich selber. Und das finde ich so geil. Also die sind dann doch auch nichts anderes als Leute aus der Medienbranche, die sich denken, ja, lass uns doch mal über uns reden. Ich denke, das ist das spannendste Thema. Ja, aber noch einmal jetzt, also jetzt noch einmal zu diesem Unternehmen. Natürlich ist es, also es ist natürlich geiler, wenn jetzt der deutsche Staat sagen würde, ja, müssen wir ändern, müssen wir ändern, geht's so nicht, geht's so nicht. Und auf der anderen Seite, weil wir wissen, das passiert wahrscheinlich erstmal nicht, ist ja der Aufruf ganz gut zu sagen, naja, wenn ihr unzufrieden seid mit dem Service da, dann geht da weg, geht da weg. Ab und zu muss man Sachen in die eigene Hand nehmen, damit sich Sachen ändern. Und damit würde ich, ich würde gerne... Nee, natürlich. Moment, Moment, ganz kurz, darf ich noch ein, zwei Sachen zu dieser Sache sagen? Ja, sag noch, was zu dieser Sache. Okay, also genau, geht da weg, aber manchmal ist man ja gefangen, also wie gesagt, man kann da aber Sonderkündigungsgründe angeben, also kann man schreiben lassen am besten über irgendwelche KI-Computer. Ich weiß übrigens nicht, ob es noch andere Sachen ist. Es gibt bestimmt andere Sachen als ChatGPT, aber weiß ich jetzt gerade nicht. Aber gibt's da ganz andere tolle Sachen, wir wollen jetzt nicht Werbung für ChatGPT machen. Es ist so, dass einer nochmal geschrieben hat, also es gab einen, ganz lieben Dank, der arbeitet bei... Man hat gesagt, ich kann dir helfen, ich bin ein Fan von Talk ohne Gast, ich kann dir helfen, ich weiß, es ist alles furchtbar bei uns. Entschuldigung, das müssen wir rauschen. Das wird gerauscht. Hoppla, hab ich kurz den Namen gesagt. Und jetzt, eine Person hat mir noch geschrieben, das fand ich irgendwie nochmal ganz interessant, könnte ein Hinweis sein. Das ist jetzt nicht geprüft von mir, aber ich nehme an, dass das jetzt so ist. Ja. Dieser Telefonanmieter gibt die Kundenbetreuung an Fremdfirmen ab. Diese Fremdfirmen werden nach Calls, also Telefonaten bezahlt. Ja. Die Mitarbeiter in diesen Fremdfirmen haben zwei Minuten Zeit, um dir dein Problem zu lösen. Ich hab dort mal gearbeitet. Ist knallhart. Wenn du bemüht bist, das Problem des Kunden zu lösen, dauert das schon mal eine halbe Stunde. Und das macht dann deine Statistik kaputt. Ja. Ist also nicht gern gesehen. Generell ist man ziemlich ungelernt und wird ins kalte Wasser geschmissen. Und genau das ist auch mein Eindruck. Also ich hatte alle zwei, drei Anrufe, haben Leute auch einfach sofort aufgelegt. Ja, ja klar, weil die müssen, also das ist ja nicht mal deren Schuld. Du hast da so ein Zeitlimit von, du musst so und so viele Anrufe am Tag schaffen, weil wir werden für so und so viele Anrufe bezahlt. Aber dann würde ich sagen, naja, wenn du ein derart großes Unternehmen bist und so viel Kohle verdienst, dann ist es deine Verantwortung, das selbst vernünftig hinzubekommen, einen Service anzubieten. Und das nicht an eine Fremdfirma zu geben. Weil das ist ja immer das Argument von, ja, das ist ja, nee, da kann wen jetzt nicht, das ist eine andere Firma, das ist so ein Subunternehmen, das wir, da können wir erst mal gar nichts machen. Warum ist das erlaubt? Warum kannst du dich deiner Verantwortung entziehen, indem du sagst, ja, das ist eine andere Firma. Ja, aber, okay, aber bei den Leuten, na, die werden schlecht bezahlt. Naja, aber das, die haben ja auch, die sitzen ja auch nicht in Deutschland. Die sitzen ja in einem Land, nach deren Gesetzen ist das sehr viel Geld. Und man denkt, warum ist das erlaubt, dass der Kundenservice nicht in Deutschland ist? Warum gibt es nicht endlich dieses vernünftige Lieferkettengesetz, auch online und auch für sowas, dass du sagst, wenn du Firma XY bist, dann hast du, wenn du einen Service in Deutschland anbietest, dich an folgende Punkte zu halten. Du musst eine vernünftige Servicequalität herstellen. Und ansonsten ist es deine Schuld, wenn nicht. Ja, genau. Das ist unfassbar. Ich hab jetzt, also ich wechsle jetzt in, ich freu mich richtig drauf, in zwei Wochen bin ich weg. In zwei Wochen bin ich bei jemand anderem. Da weiß ich, dass die eigentlich die Mittler, die immer noch die beste Servicequalität haben. Ja. Also das ist ja so, das wird ja auch getestet manchmal. Kann ich dir ja aus Erfahrung sagen, nie ein Problem mitgehabt. Ja, genau. Also lassen sie sich auch bezahlen, ne? Da freu ich mich drauf. Es gibt dann Firmen, die einfach, genau, die sind dann einfach teurer, weil die halt das, die machen das dann halt so, dass es klar ist, naja, wir geben halt echt viel Geld aus für so Kundenzufriedenheit. Ja, aber dann, wenn man das Geld hat, dann zahlt man das halt einfach da und dann hat man wenigstens das Gefühl von, ja gut, wenn ich da anrufe, dann hilft mir auch jemand. Das macht halt wirklich einen Unterschied. Ja, vor allen Dingen, ich hab das schon in der Anbahnung, also in dem, also ich hab das so telefonisch bestellt und so, und da hab ich schon gemerkt, du kriegst ja eigentlich relativ schnell mit, ob jemand so im Thema ist oder nicht. Also, weil du merkst auch bei, wenn du bei diesem anderen Telekom, also bei dem, den ich jetzt habe, bei diesem furchtbaren Unternehmen, merkst du halt auch wirklich, du rufst bei Leuten an, die haben ein Headset auf und, also du merkst schon, in welchem Raum die sitzen, die haben so links und rechts so eine Stellwand, du weißt, kaltes Neonlicht, es riecht ein bisschen nach so kaltem Rauch. Ja. Und, weißt du, und nach kurz unter Mindestlohn bezahlt. Ja. Das ist irgendwie, das kriegst du über die Stimme alles mittransportiert, was da gerade los ist und wie viel Bock die haben, was, wo haben die, wie, können sie noch mal ihr Kundenpasswort sagen? Ah ja, wie ist die denn, wie, was ist das Problem? Ah, das ist ja eine ganz falsche Abteilung da, Gott sei Dank. Und tschüss. Tschüss. Genau, und dann gibt es andere Firmen, wie die, zu der du jetzt zum Beispiel wechselst. Ich bekomme einmal pro Jahr einen Anruf. Und dann ruft mich jemand von der Firma an und sagt, ich will gar nicht lange stören, ich habe nur gerade, ich habe einmal ihren Vertrag durchgesehen, das machen wir einmal im Jahr. Und sie zahlen quasi, also wir haben jetzt ein neues Angebot, da zahlen sie weniger und haben aber dann noch mehr. Also ich kann ihnen das einmal zeigen. Und dann sagt, meistens ist das eine Frau, aus ihrem Grund. Lies mir das denn vor und sagt, also sie hätten dann quasi das mehr, aber würden fünf Euro weniger bezahlen. Wollen sie das machen? Und dann sage ich meistens, ja klar, warum nicht? Ja gut, dann trage ich das ein. Alles klar, bis nächstes Jahr. Aber einfach nur, weil, ja, das ist alles, das ist einfach eine andere Art. Dafür ist es halt auch teurer. Das sehe ich ja auch ein. Dafür ist es halt nicht, nur drei Euro und dann ab dem zweiten Jahr 150, aber jetzt nur drei Euro. Ja. Aber ab und zu, ab und zu muss sich das Volk drum kümmern. Das ist das, was ich damit sage. Oder in Kauf nehmen, dass es scheiße ist, weil andere sich drum kümmern. Ich möchte einmal kurz in den politischen Salon mit dir gehen, um über den Bahnstreik zu sprechen. Ja, okay. Der politische Salon. Ja, okay. So. Also, ja, Bahnstreik. Ja. Wir wissen, es gab jetzt was, fünf, sechs Bahnstreiks. Es gibt immer noch Wieselski, das ist der Typ von der GDL und der jetzt einfach nicht von seiner Position abrückt. Und wann immer, ich habe wieder angefangen, Zeitungen zu lesen und es gibt Zeitungen, die darüber einfach berichten. Dann gibt es ein paar Zeitungen, die versuchen, die Hintergründe davon darzustellen. Und dann gibt es extrem viele Zeitungen, die einfach nur darauf, auf diesen Typen einprügeln. Und einfach nur den Aspekt nach vorne stellen von, ja, ist euch das denn klar, was das für die Wirtschaft kostet, wenn die Bahn nicht fährt und streikt? Es, hier, hier ist eine Frau, die hat fast ihre eigene Hochzeit verpasst. Hier ist eine Mutter, die ihre Kinder nicht. Und ich denke, ja, das stimmt, das ist wirklich scheiße, wenn die Bahn nicht fährt. Und das ist auch wirklich, war dabei, bin der Dandet. Absolut scheiße. Und das ist auch erstmal, für viele Leute, die 40 Stunden die Woche arbeiten müssen, ist das dann anscheinend ein blanker Hohn, dass da eine Gewerkschaft ist, die sagt, nee, wir wollen eine 35-Stunden-Woche und dafür sind wir bereit, jetzt hier zu streiken und nochmal zu streiken und nochmal zu streiken. Aber, die Leute sollten meiner Meinung nach aufhören auszurasten und zu sagen, nur für Faulheit muss ich mitbezahlen, sondern eher darauf abzielen, zu gucken, okay, warum, warum will der diese 35-Stunden-Woche und warum sollte ich vielleicht diese ganze Scheiße, die mir gerade in der Bahnstreik passiert, in Kauf nehmen, weil ich die Hoffnung haben sollte, dass die Gewerkschaft, der ich hoffentlich angehöre, auch für eine 35-Stunden-Woche plädiert. Weil 35-Stunden-Woche, die Idee ist nicht, Leute sollen weniger arbeiten müssen für mehr Geld. Die Idee ist folgende, im Moment, 40-Stunden-Woche hält immer noch dieses uralte Prinzip aufrecht von, da geht eine Person, in den meisten Fällen der Mann, weil der einfach besser bezahlt wird, arbeiten und macht das 40 Stunden die Woche. Das heißt automatisch, dass die meisten Mütter zu Hause bleiben müssen oder wenig arbeiten. Zwei Drittel der Mütter in Deutschland arbeiten, aber die meisten davon in Teilzeit. Extrem viele arbeiten Teilzeit, weil klar, du gibst das Kind morgens ab und holst das dann nachmittags, dieses Kind ist andauernd krank. Das heißt, du bist sowieso andauernd zu Hause. Das ist mega nervig. Und das heißt, der Normalfall ist, Väter gehen arbeiten, Mütter arbeiten maximal in Teilzeit. Jetzt gibt es aber eine Umfrage, die sagt, 50% der Väter in Deutschland sagen, ich würde gerne einfach 50-50 machen. Ich würde gerne 50% arbeiten und 50% den Scheiß zu Hause klären. Weil auch voll viele Leute merken, naja, Familie und Kinder haben ist voll schön, aber Kinder haben mit 40 Stunden Wochen plus Anreise und Abreise vom Job. Ich sehe die Kinder kaum. Das heißt, die Idee von Wieselski und anderen Leuten ist zu sagen, okay, bei einer 35-Stunden-Woche könnten beide ein bisschen mehr als halbtags arbeiten. Beide könnten sich aber für 50-50 die Arbeit zu Hause, die Care-Arbeit und all den Krams könnten die sich teilen und dabei noch diesen Fachkräftemängel ausgleichen. Weil das ist auch das, was alle sagen. Es gibt Fachkräfte, Fachkräftemängel. Wir haben massen Fachkräfte in Deutschland, die damit beschäftigt sind, Kinder zu betreuen. Voll viele Mütter sind Fachkräfte, da wo es fehlt, in der Pflege oder bei IngenieurInnen oder auch bei LehrerInnen. Aber diese Leute können nicht Vollzeit arbeiten, auch nicht nur 3 Viertel oder 75 oder auch nur 70% arbeiten, weil die zu Hause sein müssen bei den Kindern, weil der andere Teil der Familie 40 Stunden oder auch oft Überstunden überstunden ist. Wir haben 1,3 Milliarden Überstunden im Jahr in Deutschland machen müssen und kann überhaupt nicht die Möglichkeit, einen vernünftigen Job auszuführen, bei dem man vielleicht mehr als 20 Stunden die Woche arbeiten muss. Und ich kenne das aus eigener Erfahrung. Dieses Zerrissensein zwischen, okay, ich muss arbeiten, ich muss Geld verdienen, aber je mehr ich weg bin, je mehr ich arbeite, desto weniger sehe ich die Kinder. Das ist was, was Leute auf Dauer zerreißt. Dieser Wunsch, den Kindern nah zu sein, den Wunsch, diese Kinder wirklich zu kennen oder eine Familie zu haben oder auch nur zu Hause eine vernünftige Ehe zu führen, ist einfach nicht machbar, wenn du mit deinem Kopf nonstop bei der Arbeit bist oder rein physisch andauernd aus dem Haus raus bist. Das heißt, dieser Kampf für die 35-Stunden-Woche ist nicht, weniger Arbeit, mehr Geld, sondern lass uns dieses alte System von Papa geht arbeiten, Mama vielleicht nur den halben Tag, wenn überhaupt, auflösen, damit alle arbeiten und zu Hause sein können. Ja, also ich finde auch diesen Streik, muss man ja wirklich sagen, ist irgendwie, also ist ja so, man sagt jetzt, es kostet irgendwie 100 Millionen pro Tag, dieser Bahnstreik, so mindestens 100 Millionen. Ja, aber auch nur, und das sagt die deutsche Wirtschaft, ja, das wurde gemacht 2021 und das ist nur bei einem Sechstage-Streik. Also wenn der Streik ab und so in so vielen Tagen läuft, dann kostet der durchschnittlich 100.000 Euro. Die Streiks im Moment kosten nicht 100 Millionen. Die Streiks im Moment sind kürzer, das heißt, die kosten nicht 100 Millionen Euro. Das ist einfach Quatsch. Ja, keine Ahnung. Also es gibt ein Institut, das sagt, es kostet 100 Millionen pro Tag und es ist die Rede von einem eintägigen Bahnstreik. Und ich nehme an, dass es volkswirtschaftlich auf jeden Fall extrem viel Geld kostet. Also ich habe es ja jetzt, also ihr habt das ja bei mir jetzt einfach nur, ich erlebe das ja sozusagen nur am eigenen Leib, so, und ich weiß, wie viel mich das gekostet hat. Ja. Und ich sage das überhaupt nicht so bewütend oder mit Schaum vom Mund. Ich sage einfach nur so relativ nüchtern, ah, das hat viel Geld gekostet. Ja. Und hat ja auch, also muss man ja auch fairerweise sagen, okay, also dann profitieren halt andere, ne? Also die Autovermietungen profitieren, die Hotels oder so, weil man nicht weiterkommt oder so profitieren. Ja. Aber ja. So, aber das ist natürlich alles so volkswirtschaftlich gar nicht so geil für Deutschland. Jetzt muss man dazu sagen, die Bahn ist ja ein absurdes Konsortium, aber eigentlich ist es so, die sind organisiert wie ein Aktienunternehmen, weil die mal an die Börse sollten, die sind dann aber nie an die Börse gegangen und diese Aktien werden immer noch zu 100 Prozent vom Staat gehalten. Das heißt also, die werden so pseudomarktwirtschaftlich geführt, dieses Unternehmen, ist aber eigentlich im Staatsbesitz. Und das heißt, die verhandeln, also diese Bahn verhandelt also mit der Gewerkschaft darüber, wie diese, wie Lohnsteigerungen aussehen, wie der Tarifabschluss ist. und die Bahn stellt sich dann irgendwann quer. Das heißt aber auch, jeder Tag, den die Bahn nicht sagt, ja, okay, dann machen wir das halt so, ja, weil ihr habt offenbar, ihr streikt einfach bisher, bisher verrückt, also bis es nicht wie die Wahnsinnigen, kostet insgesamt Deutschland Geld und das ist alles das gleiche Land. das heißt, Deutschland schleidet sich quasi selber ins Fleisch, wenn es sagt, hey, wir wollen jetzt hier aber nochmal den dicken Max machen. Man kann halt auch einfach sagen, weißt du was, ja gut, dann kriegt der das fertig, weil die Kosten einfach so viel höher sind, diesen nicht zuzustimmen. Also das kommt ja jetzt einfach nochmal, das muss man sagen, wahrscheinlich setzt sich die Gewerkschaft sehr stark durch, so, also mit geringfügigen Abstrichen, weil die sich so krass querstellen und jetzt hat diese ganze Nummer Deutschland richtig, richtig viel Geld gekostet. damit hier und da, so, das heißt, also die Bahn hat auf der Seite nicht nur diesen Ausfall für sich als Unternehmen, sondern auch nochmal für Deutschland. Das heißt, es kommen immer nochmal 100 Millionen pro Tag drauf und bei 100 Millionen pro Tag, also da würde ich jetzt mal sagen, 100 Millionen, ja, kostet hier diese ganze Tarifsache, diese ganzen Streiks, die wir schon hatten jetzt, das war ja bestimmt eine Woche oder zehn Tage haben die schon gestreikt oder so, da sind wir bei einer Milliarde, so viel kann das gar nicht kosten, was da verhandelt wird. Ja, aber das ist eine andere Taktik, die Taktik ist ja, dass du sagst, darauf können wir nicht eingehen, als Deutsche Bahn, also als Deutschland, dass du sagst, geht nicht, können wir nicht machen, können wir nicht machen und die streiken dann weiter und dann muss ja der öffentliche, wenn der öffentliche Narrativ irgendwann ist, ja, diese Arschlöcher von der GDL, dass die immer noch mehr wollen, dass die kriegen den Mund nicht voll, weil die, also das Wichtige ist ja, dass die öffentliche Wahrnehmung für die Bahn, ist es wichtig, dass die öffentliche Darnehmung ist, die GDL ist zu hart in der Verhandlung und will nicht nachgeben, anstatt, dass die Erzählung ist, naja, aber warum gibt die Bahn denn nicht nach, also warum, warum knicken die denn nicht ein, warum sagen die denn nicht, naja, vielleicht ist da was dran, vielleicht geben wir darauf noch ein bisschen mehr ein. Ja genau, also das ist halt immer, aber das ist ja sowieso immer der gleiche Trick, so wie framet man eine Erzählung, also was nimmt man so als Vergleichsmöglichkeit, womit vergleicht man das? Natürlich kann man das vergleichen mit Leuten, die ausgebeutet werden oder die in Branchen arbeiten, die schlechter bezahlt werden, ist jetzt auch nicht, das muss man ehrlicherweise ja sagen, Lokführerinnen und Lokführer sind jetzt nicht die schlecht bezahltesten Menschen, so, absolut nicht und dann kannst du das sagen, kannst du dann, um dich aufzuregen, kannst du dann vergleichen mit Pflegepersonal, kannst du sagen, was, und dann wollen die noch mehr Geld, dann wollen die noch mehr, oder du kannst es halt vergleichen mit, ach so, ja und was war jetzt mit dem Wahnvorstand, wie viel kriegen die nochmal da genau? Ach, dann doch das Dreifache von dem Bundeskanzler. Ach, das ist interessant, warum eigentlich? Warum ist es eigentlich ein Staatsunternehmen, warum kann ein Staatsunternehmen hingehen und sagen, du bekommst mehr als unser oberster Chef? Was ist das für eine Absurdität? Warum ist das möglich? So, das kann man auch machen und dann kann man sich auf eine andere Art aufregen. Also man kann sich da aussuchen, ne, also man kann sich da aussuchen, okay, wo steht man politisch und dann sucht man sich so die Vergleichsgröße, die einen aufregt. Ja, das oder man kann natürlich irgendwie denken, oh, die wollen nur 35 Stunden arbeiten die Woche, das sind die faulen Schweine, ich arbeite 42 oder man kann denken, ja, das macht Sinn, okay, ich möchte auch 35 Stunden die Woche arbeiten, ah, die streiken und die schaffen das, wenn wir alle sagen, naja, das ist ja ein gutes Recht zu streiken, warum denn, vielleicht ist dann, wenn das durch ist, vielleicht kann meine Branche die nächste sein, die streikt und das durchzieht. Richtig. Ja, natürlich, also es geht einfach wirklich darum, wie organisiert Branchen sind und das ist ja leider das ganz große, also ich meine, da haben wir schon echt drüber oft drüber gesprochen, aber zum Beispiel eben bei Pflegepersonal, die sind einfach erpressbar dadurch, dass sie keine Arschlöcher sind und Menschen sterben lassen. Ja. So, und das ist leider wirklich das Schlimmste, was es gibt, dass da der Staat eigentlich mit kalkuliert, beziehungsweise jetzt nicht nur der Staat, sondern auch die ganzen privaten und halb privaten da, Kliniken und so, ich weiß gar nicht, diese Konsortien, die verstehe ich auch immer nur so halb, ehrlich gesagt, aber ihr wisst, was ich meine, also die Arbeitgeberseite ist dann, kann dann das irgendwie einsetzen, weil sie wissen ja, wenn ihr alle die Arbeit niederlegt, dann sterben Leute, wollt ihr das? Nee, natürlich nicht, also kann man das nur in begrenztem Maße machen. Genau, und der Narrativ muss quasi geändert werden, dass man sagt, also Menschen sterben nicht, weil Leute streiken, sondern Menschen sterben dann, weil die andere Seite nicht in der Lage ist, ein vernünftiges Angebot zu machen. Also das ist immer eine Frage vom Narrativ. So, ist es die Schuld von Pflegepersonal? Nein, es ist nicht. Es ist eine Schuld von Asklepios und dem deutschen Staat. Ja. Es wird ja jetzt auch schon gesagt, bei Leuten, die so in der Pflegebranche arbeiten und Krankenhäuser gut kennen und auch bei AssistenzärztInnen und so, also wird auch gesagt, hey, da werden schon Menschen, da sterben schon Menschen tatsächlich. Ja. Die werden leiden gelassen, weil der Stress so hoch ist, dass viel mehr Fehler passieren und Fehler in dem Bereich können halt zum Tod führen. Ja. Das wird einfach so und das kannst du nie nachweisen, das kannst du da nie, die sind alle super abgesichert und da schreibst du ja immer, wenn du irgendwie eine OP hast, ja, okay, macht mit mir, was ihr wollt. Ja, klar. Die sichern sich da alle juristisch ab, natürlich, und das kannst du schwer nachweisen, aber das ist ja total logisch, also wenn eine Klinik permanent unterbesetzt ist, dass da krasse Fehler passieren. Ein Arzt, der einfach zwölf Stunden arbeitet, der, also ich möchte den nicht erleben in Stunde 13, 14, die ja noch dranhängen muss wegen irgendwas. Also Leute, achtet auf das Narrativ, ändert das Narrativ und solidarisiert euch. Jetzt gehen wir raus aus dem politischen Salon, würde ich sagen. Ja. Geil, dass wir jetzt hier nochmal kurz nochmal einen Flyer verteilt haben. Ja, also, weil ich irgendwie denke, also ich kann, ich weiß nicht, ich hebe mich jedes Mal, wenn ich Zeitung lese darüber auf, dass ich denke, naja, aber also warum, wir lassen das ja auch alles mit uns machen. Also, besser nicht wir beide, aber es gibt so viele Felder, wo man sich so aufregt und wo sich Leute so aufregen, wo ich denke, naja, aber das, alle wissen ja, dass das scheiße ist und alle machen mit. Alle meckern über den Telekommunikationsanbieter, aber verlängern den Vertrag, weil es nervig ist zu wechseln. Alle gehen 50 Stunden die Woche arbeiten, gehen dann irgendwie mit 50 im Schlaganfall in die Reha, aber nehmen wir uns auf die Idee zu sagen, ja, dann lass das anders machen. Oder es ist alles, es wirkt alles immer so alternativlos und das ist es nicht. Es ist einfach nicht alternativlos. Ja, das ist wie mit dem Trikothersteller, Moritz. Hast du es mitbekommen? Wir haben jetzt nicht, wir, ja, und dann sage ich wir, wir als deutsche Nationalmannschaft, deutsche Männerfußballnationalmannschaft, haben jetzt nicht mehr, oder ich glaube, das betrifft nicht nur die Männer, das betrifft wahrscheinlich auch die Frauen, weil das ist ja DFB, haben jetzt nicht mehr Adidas, sondern ab bald, ich glaube, ab nächstem Jahr oder so, haben wir Nike. Ach was. Okay. Das ist ja ein Ding. Moritz, da habe ich auch wirklich gedacht, also so, und dann haben jetzt Politiker und Politiker gedacht, das ist wohl irgendwie ein Thema, wozu wir uns äußern müssen, weil Adidas ist ja aus Deutschland und Nike ist ja aus den USA. Ja. Und der DFB ist ja auch aus Deutschland, ne? Das heißt ja so, ne? So, und diese drei Informationen haben gereicht, um irgendwie da so Statements rauszuhauen und das ist wirklich, also, und da muss man sagen, das ist wirklich bei allen so, also das ist, ja, ich weiß auch nicht, okay, das ist ein bisschen, das ist egal, das ist ein bisschen boomerliches jetzt, aber da boomerliches ich gerne ab, das ist so ein bisschen die TikTokisierung der Politik, ist dann, dass man sagt, ja, ach cool, ja, dann sage ich dazu auch mal was, weil das scheint ja, das trifft ja bestimmt einen Nerv. Dann ist da so, Karl Lauterbach sagt dann, Adidas soll nicht mehr Nationaltrikot im Fußball sein, stattdessen ein US-Unternehmen, halte ich für eine Fehlentscheidung, wo Kommerz eine Tradition und ein Stück Heimat vernichtet. Wo ich dachte, was? Bist du irre, Digga? Adidas? Das ist ja jetzt nicht von Tante Erna aus dem Nachbardorf, ja, und die näht ja die Trikots, das ist ja furchtbar. Ey, Karl Lauterbach zwischen zwei Apothekenbesichtungen hat das nochmal kurz, also, hat das kurz nochmal so reingetippt in sein Handy. Ach, jetzt geht's los mit dem Kommerz, weil das war ja beim DFB nie ein Thema eigentlich. Nee. Das war nie ein Thema, mit der kleine, der kleine, der kleine Traditionsfirma Adidas. Das mittelständische deutsches Familienunternehmen. Herr und Frau Adidas, wir besuchen Sie hier in Ihrer Garage, wo Sie gerade die DFB-Nationaltrikots nähen. Zu zweit drechseln die da die Trikots. Hier, meine Tochter, fehlt's gerade die Nummer 11. Das ist so lustig, und dann wird auch so gesagt, ja, und das gab's ja noch nie, und dann haben auch Leute geschrieben, doch, es gab's 54, als Deutschland da gewonnen hat, gab's das, das gab's auch 1990, gab's einen anderen Hersteller. Das ist überhaupt nicht so eine lange Tradition, das ist auch, selbst das ist Quatsch. Selbst das ist gelogen. Und tut mir leid, ja, nennt mich politisch voreingenommen, ja, aber das Dümmste kommt dann wirklich von der CDU, da sagt ernsthaft, der Ministerpräsident von Hessen, also wirklich, also wirklich, also hallo, hallo, möchte man da sagen, ist da jemand zu Hause, möchte man richtig so an den Kopf klopfen, der sagt dann, der Weltmeister trägt Adidas und nicht eine amerikanische Fantasiemarke. What? Die hat sich jemand nur ausgedacht. Wirklich, das ist eine Form von Dummheit, die muss man erstmal für sich sortieren. Was ist denn der Vorwurf von Fantasiemärkten? Was ist denn Adidas? Ist das nicht Fantasie oder was? Das ist halt die Abkürzung von denen. Von Adidas, jede Marke ist ein Fantasieprodukt. Hä? Das ist doch total komisch. Kann mir kaum vorstellen, dass der DFB das am Ende durchhalten kann. Das ist eher, also da habe ich mich, ja, so ein kleiner, Leute, ganz ehrlich, mal ein kleiner Aufreger zum Rausschmeißen. Ja, was ist denn los? Ja, also ich bin ganz ehrlich, also das ist einfach nur obskur. Also zu sagen, das ist eine Fantasiemarke. Ja, die Marke hat sich nur jemand ausgedacht. Adidas, das ist ja von Gott gemacht. Das ist von Gott gemacht, Das ist ja in Deutschland, das war gar nicht CSU, das ist ja in Deutschland, das ist ja, die war ja immer schon da, die ist ja älter als das Land eigentlich. Ja, also Entschuldigung, ich war übrigens, also WM 54 und WM 70 und EM 72, so, da wurde auch, da gab es ja auch einen anderen Trikothersteller, nicht 90, aber 70 und 72, gab es immer, gar kein Problem, gab es mal Umbro, gab es mal irgendwas anderes, also überhaupt kein Ding. Das ist einfach nur, ist ein fucking Trikothersteller und dann wird ernsthaft so getan, als wäre das, also einfach nur, weil sich was verändert, ist das jetzt die böse Marktwirtschaft, als wäre das nicht schon immer so gewesen. Und die haben wohl gesagt, und Oliver Bierhoff hat gesagt, ja, ehrlich gesagt, also Oliver Bierhoff war irgendwie schon vor zehn Jahren dafür, also auch, weil der war, der hatte irgendwie Kontakte auch, der hatte irgendwie so Werbung gemacht für Nike und so, und er hat gesagt, naja, die haben damals, und das finde ich wirklich, Moritz, ich finde es komplett irre. Also der DFB, da müssen wir gar nicht drüber reden, das ist irgendwie so ein Vereins-Blabla-Konstrukt, aber natürlich sind die organisiert, es ist knallhart marktwirtschaftlich organisiert, ne? Klar. Aber die machen auch viel für den Breitensport, ist auch okay, ja, so, aber die gucken schon, dass es da in der Kasse klingelt. Und, dann hat Oliver Bierhoff gesagt, ja, wir haben schon mal vor zehn Jahren oder so ein Angebot ausgeschlagen, da hat Nike das Vierfache geboten, und die haben das abgelehnt. Das finde ich krass. Naja. So Leute, wir haben, ich hoffe, wir konnten euch hier überzeugen mit unserem Ein-Stunden-Angebot. Wir haben ja eine Ein-Stunden-Woche hier bei Talk und der Gast immer noch, und da stehen wir zu. Hoch die Fahne, hoch die internationale Solidarität, wir sind bei euch. Liebe Grüße, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüss. Fritz ist eine Produktion des rbb. Ein-Stunden-Woche Ungewöhn holds ein ganz oder Everywhere, Collaborative ein erstes innent schяв, eine척-Stunden- точно Vielen Dank.